Hallo, mein Name ist Alexander Gorbunov und heute zeige ich Ihnen ein schönes Wohngebäude mit vielen Designvorteilen. Das sich auf einem Grundstück mit eigenem Pier und direktem Zugang zu einem sauberen See mit ungewöhnlich blauem Wasser befindet, einem Haus. Das nur vier Kilometer vom Moskauer Ring entfernt ist Straßen entlang der Autobahn Novo Jasansboje und in engem Zugang zur gesamten städtischen Infrastruktur. Hausadresse Region Moskau Kotelniki, Dorf Gornjak, Haus 256. Zum Verkauf steht ein zweistöckiges, dreistöckiges Haus zur Dekoration mit einer Fläche von 340 Quadratmetern. Das Material der Wände besteht aus Ziegel und Schaumstoffblock. Die Wandstärke beträgt 60 Zentimeter. Decken und Treppen sind aus Stahlbeton. Das Haus ist hermetisch um den Umfang versiedelt, es gibt ein weiches Dach auf dem Dach. Die Außenwände sind zum Streichen verputzt, im Inneren sind die meisten Räume auch fertig zum Fertigstellen. Im Erdgeschoss befinden sich eine Eingangshalle, eine Küche, Esszimmer, ein Wohnzimmer. Ein Kaminzimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer. Im zweiten Stock drei Schlafzimmer, drei Badezimmer, eines im Hauptschlafzimmer und ein Wintergarten mit Panoramablick auf den See und Zugang zum Balkon. Im Untergeschoss ein Badezimmer, zwei Räume und ein großer Raum zur freien Nutzung, in dem ein Heimkino oder ein Fitnessstudio aufgestellt werden kann. Das Haus hat zwei schöne Haustüren und an der Seite gibt es einen weiteren Eingang zur Sommerküche mit Dusche. Das Entwurfsprojekt des Hauses umfasst die Installation von Schmiedestrukturen rund um Terrassen, Balkone und französische Balkone an den Fassaden des Hauses. Neben der Hauptstruktur im Küstenteil des Geländes wurde ein Liegeplatz aus mächtigen Stahlbetonkonstruktionen errichtet, ein Gästehaus mit einer Fläche von 50 Quadratmetern. Einem Grillplatz und einem ausgenutzten Dach, das auf einer Ebene mit einem Rasen rund um das Haus liegt. Die Größe des Grundstücks beträgt ca. 50 x 20 Meter. Das Relief ist flach mit einer leichten Neigung zum See. Benachbarte Standorte auf nur zwei Seiten. Kommunikation, Strom 15 Kilowatt, Gas und zentrale Wasserversorgung an der Grundstücksgrenze. Das Niveau des zellularen und mobilen Internets ist ausgezeichnet. Die Gebühr im Dorf für die gezielten Ausgaben für die Reinigung der Straßen und die Müllabfuhr beträgt nur eineinhalb Tausend pro Monat. Die Kosten für Nebenkosten wie in einer Zweizimmerwohnung. Ganzjährig asphaltierte Straße direkt zum Standort. Nur 5 Gehminuten vom Haus entfernt gibt es einen riesigen Waldpark in Tormelinski und eine Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel Korea, von der aus Sie mit dem Bus oder Minibus zur nahegelegenen U-Bahn-Station Kotelniki fahren können. Die gesamte städtische Infrastruktur mit Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen ist nur eine kurze Autofahrt entfernt. Dieses wundervolle Haus befindet sich an einem überraschend ruhigen, malerischen Ort und gleichzeitig in der Nähe aller Annehmlichkeiten der Stadt. Verschieben Sie Ihr Leben nicht für morgen, rufen Sie mich noch heute an und ich werde Ihnen dieses Haus gerne zeigen. Und mit Rädern mit Rädern mit Rädern. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018